. Wir sind angekommen beim ersten Hindernis, dem sogenannten Flyer. Das ist die Riesenrutsche hinter mir. Von 10 Metern Höhe geht es ab ins 8 Grad kalte Wasser. Und wir haben mal nachgefragt, wie schlimm der Flyer wirklich ist. Ist man aufgeregt, ist man nervös, hat man Bock, was ist es? Ich kann nicht schwimmen. Es macht halt Spaß, sich selber etwas zu beweisen, so ein bisschen an seine Grenzen zu gehen. Ganz gut bisher, ja. Aber mit den Hindernissen, ich bin das erste Mal dabei, habe ich auch nicht gerechnet. Hier muss ich mal eben fragen, wie war der Flyer? Der Hammer, ich bin nur noch ein Ziton, total geil. Nass und kalt, mehr geht nicht. Geil, war richtig geil. Eiskalt, aber geil. Hier muss ich direkt nachfragen, wie war der Flyer? Geil, einfach nur geil, war super. Perfekt, oder? Ja. Wie kalt war es jetzt da drin? Gar nicht kalt. Schöne Erfrischung war das hier, war echt schön. Mega. Mega. Komm, noch mal eine Ausnahme. Wie kalt? So. Wie kalt? Man musste zwei, dreimal überlegen, ob man wieder atmen kann, so kalt. Großartig. Hat Spaß gemacht. Ja, super cool! Super cool! Untertitelung des ZDF, 2020